Haben wir keinen Jump oder irgendwas? Run and Jump. Ach ja, dann kletter hoch. Das geht auch. Hier hat irgendwo die Brücke gefunden. Hier gibt's ja sogar Souvenire, Mensch. Jetzt unterhalte ich mal, ähm... Unterhalte ich mal mit dem Parrot. Polly, want a cracker? Echo. 23 Skiddo. Skiddo. Bye bye Birdie. Ja, bye bye Birdie. Kind Birdie. Polly, want a cracker? Polly, want a cracker? Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... 23 Skiddo. An Peinepu. Ha, ha, ha... Hullabaloo. An Peinepu. Ha, ha... Also ist auf alle Fälle... ist der süß aha ne kerosinlampe just a minute that's my shop can i help you with something postcards replicas of the temple souvenir months no thanks mister charles sternhart phd independent thinker researcher and wunderbar da haben wir einen typen gefunden den wir suchen der hier souvenirs verkauft um eigentlich gern das gleiche ne nur dass hier vorhin stand atlantis und jetzt steht der tempel wort ihr tell us about plato's lost dialogue and the one who translated it i can tell you that i'd worry you were here to steal my last copy but someone called mr smith be he's married to mrs smith he showed up last week a tall man with a german accent and a pistol he could have taken all my souvenirs but he only wanted the lost dialogue hmm he only wanted the lost dialogue what can you tell us about the temple glad you asked glad you asked the locals claim my an indian thing now i ask you does this look like the work of primitive savages or does it seem much too civilized how do you want to do that i'm hoping to find some evidence of atlantis here evidence is easy you're surrounded by it proof now that's hard does that mean we came to the wrong place i pretty much lost hope myself but old legends and rumors die hard what kind of rumors local legend has it that the temple was built by men who are not men what are men who are not men who knows i've heard everything from giant men with snakes for tails to giant snakes with men for heads you actually believe atlantians lived here after the city sank this is where they came i'm sure can we take a look inside how do i know that you aren't a player of silly tourists i only show the temple to reputable scholars i'm dr indiana jones is that scholarly enough indiana sounds like the name of one of your states or possibly a cat actually it was the name of a dog indiana jones of jesus i really like to explore the temple tell me the name of the lost dialogue of platos hmm hmm i don't think the idea of it man i don't know the title okay Aber aber aber... Nein! Guck mal, das da oben ist gleich geblieben, alle anderen haben sich verändert. Hm, was heißt, dass er uns annügt und wir haben gar keine Möglichkeit, das richtig zu sagen, weil wir gar nicht die richtige Auswahl haben? So, kannst du uns weiterhelfen, du komisches Viech? Weißt du vielleicht die Antwort? Okay, der gibt uns nicht weiter. Da antwortet er und die anderen kann ich aber nicht ausprobieren. Muss ich alle anderen ausprobieren, bevor ich da irgendwie Hilfe kriege oder... Können wir noch irgendwo weiterlaufen? Ach Mensch! Das heißt, wir können einfach da langlaufen, um hinzukommen, das ist schon mal hilfreich. Können wir einfach zum Tempel laufen? Können wir nicht... Ach, wir können ihm jetzt vielleicht unser Buch geben. Ja, ja, ja. Ich weiß auch nicht, du stehst ja neben ihr, Mensch. Ich kann ihm nichts geben. Ach doch, ich muss aber hier hinten hin zielen. Bestimmt, vorhin hat der Papagei Teitel gesagt, aber ich kann ihn ja aktuell nichts anderes fragen. Ich muss also vielleicht nochmal zu... mit dem Typen sprechen. Und irgendwie neue... Wörter rausbekommen. Oder ich muss ihn einfach noch viel, viel öfter ansprechen. Also wir gucken mal, ob wir jetzt einfach den löchern können, bis er uns was sagt. Das Dumme ist, ich kriege immer nur den Vorschlag, den wir schon hatten. Ich kann ihn immer fragen, was wir gerade gesagt haben, aber ich kriege nichts anderes von ihm raus, glaube ich. Kann ich dir vielleicht hier das Buch geben? Guck mal. Kannst du mir sagen, was du davon hältst? Kann ich nicht, ne? Ich kann dich gar nicht anwählen. Kann ich ihn auch nicht mitnehmen. Kann ich nur mit ihm sprechen. Was ja dann heißt, dass wir echt immer wieder ihn nerven müssen da hinten. Der macht da nur ein Nest raus, ist ja lustig. So, wir können immer noch da hinlaufen und sonst nix und können da versuchen hinzulaufen. Wir laufen nochmal da hin, dann kommt er schneller. Ja, ja, ja. Also bei zwei wissen wir jetzt schon, dass es falsch ist. Moment, jetzt kann ich ihn wieder fragen, was es ist, aber es bringt natürlich nix nachzufragen. Ich glaube, vielleicht ist es doch schneller, wenn wir die klauen wollen. Socrates! Socrates! Ja, was denn jetzt, Mensch? Ja, das wissen wir ja. Es gibt schon was Neues. Was soll denn da übrig bleiben? Bis jetzt bleibt noch nix übrig. Ja, aber das kann ja eine Anspielung auf irgendwas in Atlantis sein, deswegen... Was denn? Ich versteh nicht, was da noch übrig bleiben soll. Das unterste, oder was? Das hatten wir ja schon. Kann ich jetzt hier Title sagen? Okay. Ja. Ja. Du willst den offiziellen TK-Keyring? Ja. Danke, wir würden nur umschauen. Ja. Wie du willst. Ja. Jetzt hab ich ihn angeklickt, wieso hab ich ihn angeklickt? Ich hab ihn doch angeklickt. Ja. Ich will nicht nur rumgucken. Ja. 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 Daher. Daher. Ja. Ich bin aufwär gummed. Ich bin élect political green. Das ist sicher. Ja. Wie, komm. Ja. Ich bin jederzeit. Ja. Danke. Big Glamm. Ja. So, was kann man machen? Walk to Animal Head. Animal Heads are cool. Walk to Spiral Designs. Guck mal, da sind mehrere, da ist nur eins. Das ist suspicious. Das ist nämlich dunkler. Sag ich doch. Hm, push. Pull. Spuck drauf. Give open close use. Sie soll da hier ein bisschen was von ihrem Zeug dahin dingsen. Pull nochmal ein bisschen fester. Die Hand hier dahin. Hm, machen wir denn sonst damit? Kannst du mal mit der... Naja, kannst du mal mit deiner Dings draufhauen, dass es das bisschen erbebt und dann... Wieso denn nicht? Ich finde, dass das gut wäre. Guck dir mal das da an. Looks like it could use a nose. Looks like it could use a nose. Haben wir aber nicht. Hm, push. Pull. Use. Achso, ich muss es mal mit was anderem. Hm, pick up. Kann auch nicht. Talk to. Looks like it can use a nose. Können wir dahinter laufen? Ist da hinten irgendwas? Nix. Gar nix was dich irgendwie interessiert. Walk to temple exit? Sprich mal mit dem Typen. Okay. Say there. Say there. Yes. Don't you have to keep an eye on your store so you've never found anything here? What was the purpose of this chamber? Ha ha ha. Small talk. You have to keep an eye on your store. Oh, I'm sure it's safe. I'd much rather keep an eye on you. Mhm. Say there. Yes. Yes. So you've never found anything here. No, I'm stumped. Completely stumped. Professor. Yes. What was the purpose of this chamber? You have me there. Some sort of crypt? Null Ahnung, der Typ, Mensch. Haben wir noch irgendwas, wo wir draufdrücken können, was ich nicht gesehen hab? Können wir irgendwo hinlaufen? Was passiert denn, wenn wir rausgehen? Nein. Gar nichts. Dann gehen wir wieder rein. Boah. Jetzt dürfen wir frei rumlaufen, das ist ja schön. Well, any ideas yet? Nope. Hm. Das sind mehrere. Muss ich mir die anderen vorher angucken? Mhm. Talk to. Kann ich nicht. Wie schade. Pick up. Open. 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 Doesn't seem to open. Na dann closen wir's halt. Doesn't seem to close. Mensch. Irgendwas müssen wir damit machen, ich weiß nur nicht was. Du meinst draußen, was wir ihm klauen können oder so? Ich dachte, er haut einfach da einmal mit seiner Peitsche dagegen, dann wackelt das Ding und dann... Wir haben die Lampe. Dürfen wir die jetzt mitnehmen? Schnellen? It's a lamp filled with kerosene. Pick up! Sorry oh已,��. That lamp is a part of my shop. I can't let you have that. I'm so sorry, old chum. Wie ist klein,ne wilde nivel them hier selber. Das geht aber wieder in der Gegend rum. Dann sind wir wieder am Auto. Vielleicht findet man am Auto was. Was kann er denn da nehmen? Er kann gar nichts nehmen. Hast du nicht irgendwas? Mann, du hilfst einem überhaupt nicht, ne? Du hilfst einem kein bisschen. Da ist nix, nix. Gar nix. Überhaupt nix. Also laufen wir. Da hätte hoch können wir auch nicht laufen, ne? Laufen wir wieder im Kreis. Hast du noch irgendwas, was uns helfen kann, du Viech? Hallo, Mr. Bob. Was könnte es nur sein, was uns hier hilft? Ich bin hier etwas überfragt. Wir brauchen irgendwas zum Lockern. Ich hätte gern Brecheisen oder irgendwie sowas. Wir können auch Sophia verwenden. Ne Haarnadel hat sie nicht. Ne Haarnadel, ne Kreditkarte gab's damals noch nicht. Wir schießen drauf. Bei mir gab's den noch nicht, Mr. Jones. Der läuft hier erst seit gestern rum, oder? Ich glaube seit gestern. Walk, 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 walk. Ich hab keine Ahnung. Hast du nichts, was mir weiterhelfen kann, du Dödel? Du hilfst mir auch überhaupt nicht. Eingebildeten Briten, Mensch. Ähm... Müsst genau nehmen, Engländer. Walk to Temple. Dass man die Lösung vor der Nase hat. Ne, den kann man auf Twitch nicht sehen, weil das total bescheuert ist, wenn man auf dem Handy ist. Dann ist das irgendwie ganz doof. Oh, Titan. Man muss nur rausfinden, wie die Spieldesigner sich das gedacht haben. Ähm... Man muss nur raus... Hm, 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 hm. Vielleicht, äh... Muss ich sagen, ich möchte doch eine Postkarte haben. Logisch und abgedreht ist das nicht, äh... Ich würde mal gern die... Ich weiß. Kann ich die nicht hier mit dem Ding verwenden? Ja, als Nase da reinstecken. Nimm das Buch. Ich kann das nicht benutzen. Du sollst ja auch nicht die ganze National Archeology verwenden, nur das Buch, Mensch, du Dödel. Ähm... Kannst du denn da pushen? Hatten wir auch schon gemacht. Du sagst, die Lösung ist direkt vor meiner Nase, aber wahrscheinlich nicht hier, sondern draußen. Aber die Lampe kriege ich nicht. Ich muss abgedreht denken. Also hauen wir jetzt mit, ähm... Och, jetzt stell dir doch nicht so an, Nuki, auch sonst immer alles. Sollen wir den Armen... ...Papagei da runterhauen? Kann ich gar nicht. Ich darf ihn nicht schlagen. Wieso darf ich das mit dem Rodent machen und nicht mit dem Papagei? Ist doch gemein. Wie krieg ich denn die Lampe? Nimm einfach. Pick up. Ach, Push, bis sie kaputt ist. Push, Pull, was auch immer. Ich stell dir doch nicht an, natürlich, du kannst doch mitnehmen. Ich kann es nicht schlagen. Jetzt habe ich wieder da reinguckt. Das wissen wir jetzt. Aber usen kann ich es ja nicht. Ich darf es nicht kombinieren mit der dummen Lampe, wo ich sie eigentlich hinschmeißen könnte. Wieso darf ich denn... Ach, ich kann es give'n. Give lamp to Sophia. Kann ich nicht. Ich darf sie ihm auch nicht geben. Irgendwie sind mir Ventures zu hoch. Das ist mir schon zu hoch auszukriegen, wie ich diese Lampe kriegen kann. Gibt es doch gar nicht. Pick up. Olle Lampe. Das heißt, ihn muss ich erst wieder wegschicken. Nee, ist klar. Dann gehen wir jetzt einfach weg. Und kommen wieder. Ich stehe da immer noch da. Oder am Bein stellen, genau. Ja, wie denn dann? Kann ich ihn nicht pushen? Ich darf ihn nicht pushen, obwohl ich es sagen darf. Ich darf es sagen, aber er macht es nicht. Pullen. Look at. Close. Open. Give. Give him a fist fight. Give him... Kann er sich wegklicken, wenn die quatschen? Ich habe leider keine Banane. Wenn wir reingehen, folgt er uns ja wieder. Mach ich ja grad. Ach, im Tempel mit Sophia reden? Hatte ich das nicht ausprobiert? Ne, nur mit ihm habe ich geredet im Tempel. Ich habe mit ihr außerhalb des Tempels geredet. Das ging nämlich nicht. Ach, sie soll ihn ablenken. Aha. Could you talk to Sternheart and keep him occupied? Der Occupied. Yup, yup, yup. Ich spiele das blind, aber der... ...der Fallmankschen, der kennt das Ding in- und auswendig. Mhm. Pick up. Haben wir irgendwas, was du sonst noch klauen kannst? Ist ja klar, dann können wir nur eine Sache klauen, Mensch. Entschuldigung. Entschuldigung, nicht wahr? Mal sehen, was dein Freund da ist. Ja, wenn ich das jetzt wüsste, wir könnten jetzt hier das Lämpchen nehmen. Jus, Lämpchen... ...und stecken es da als Nase rein. Ja, das dachte ich mir schon. Jus, Lämpchen und... ...keine Ahnung. Der Kerosene wird nicht ausbauen. Also, du hast meine Lämpchen, eh? Ich hoffe, du kennst, was du machst. Weil wir es erst open müssen, das Lämpchen. Kann ich's nicht open? Wenn er sagt, es läuft da nicht raus. Dann, äh, Jus, Whip und haus einfach kaputt. Ja, das ist, das haben wir auch fast gedacht. Pick up, talk to look at Jus, push, pull. Pull. I can't move it. Look at open Kerosene. Die ist ja doch open, hat also funktioniert. Jetzt, dann sagen wir nochmal, Jus... Dingsbums. Dingsbums. Da wär er nie drauf gekommen. Push! Oder pull, ich weiß nicht mehr. Pull war, glaub ich, das, was er... Das bauen wir jetzt, äh, ins Viech ein. Das bauen wir jetzt, äh, ins Viech ein. Mähp, mähp. Und jetzt, und jetzt. Ja wunderbar, dann hab ich jetzt zwei Leute, die mir weiterhelfen können. Open, give, close, pick up, talk to. Kann ich jetzt hier irgendwie da anziehen? Push. Wahrscheinlich pullen. Achja, pull ist ja in die andere Richtung. Schau an das. Astonishing! Da liegt der Tote drin. Bless my soul, the tomb of an Atlantean king. There's a small stone here with images of land and sea engraved on it. I do believe it's a wealth stone. At last I have the thing. Goodbye fellow seekers. Was ein Idiot. Ähm, ist das eigentlich, ist der Dialog für euch eigentlich zu leise, oder geht das? Ich kann das immer schlecht einschätzen. Ich hab den Eindruck, dass die zwei Hauptfiguren, Sophia und Jones, ähm, Indy, der Henry, dass die in der richtigen Lautstärke also aufgenommen wurden, sind viel lauter als die anderen Figuren manchmal. Hm, da ist ein Ring, da schimmert irgendwas. Look at! Okay, dann halt dieses komische Orichalcum. Pick up! Und jetzt und jetzt und jetzt war's das. Dann hauen wir ab, dann müssen wir das jetzt dem Dingsbums zeigen. Dem... ... ... ...